Yo, yo, yo Leute, Street Gaming ist wieder Back am Start, seit längerem, ähm, ja, also seit längerem, ich meine, ich hab schon seit 7, 8, 9, 10, egal, keine, so langen Monaten, keine Videos mehr gemacht, ähm, ja, ich hab mal wieder ein FIFA Back-Open gemacht, erinnert euch noch an das? Bitte noch einmal den Schlitz, bitte noch einmal den Schlitz, komm, komm, oh, wir kriegen den Schlitz, wir kriegen den Schlitz, oh, 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 oh ich hoffe diesmal habe ich auch guten pack luck ich glaube mal ich will jetzt nicht so dumm und lang ja ich will jetzt nicht langreden wir gehen mal mit dem pack open so wir öffnen an das erste pack ich hoffe ich ziehe noch heute ein walkout 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 auf ehre totz 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 wer ist das wer ist das egal ich nehme ihn mit cooper ich habe ihn gestern gezogen totz am anfang wie geil kann das bitte beginnen boi alter ein totz auf ehrenbruder ein totz ich raste er richtig aus beim totz alter der erste totz wird sich hier gegönnt alter ehre entwendet und direkt noch ein guter spieler ok 380 geht klar dieses pack übelst klar auf ehre nächstes pack kommt back to back walkout back to back walkout bitte ok nicht ok ok das war auch schon irgendwie klar bei diesen packs schlitz ein schlitz schlitz geht klar serbien zm alter milinkovic safic alter ist nicht schlecht ist echt nicht schlecht ich habe einen richtig guten pull alter ok und noch schiru könnte ich gut bei spcs verwenden wenn ich mal das zweite pack das mildere auf ehre kommt kein walkout kein walkout hoffen wir mal schlitz 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 ja kein schlitz ok rv vs demarkos 79er ok und ein guarin ok 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 wir öffnen jetzt doch dieses pack hier kommen bitte bitte noch einmal auf ehre auf ehre noch immer nichts es ist feguli ich habe im letzten jahr so richtig krass gezockt in feguli kann ich erinnern ok das letzte pack ist jetzt ein nose pack ihr könnt es halt nicht sehen ich mache es mit der nase ibra ibra kein walkout ok keine walkout und nun schlitz ich mal meinte ok 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 meinte ich glaube ich mache noch zwei packs dann sehen wir uns gleich wieder jo also ich bin wieder da weil ich habe gerade das video geschnitten und habe bemerkt dass diese zwei packs nicht vorkommen weil ja ich hatte halt einen aufnahmefehler und das hat halt komplett auf jeden gedacht ja deswegen habt seht ihr jetzt nur fünf packs in nächster zeit kommen halt wieder mehr videos weil ich habe irgendwie wieder bock auf youtube und ich will noch sagen dass es vielleicht so einen kleinen synchronfehler aber am anfang gab als weil ich diesen team auf der season gezogen habe ich entschuldige mich dafür ich will halt diese fehler verbessern ja weil mein pc ist zum beispiel zurzeit sehr schlecht ich kaufe auch bald einen neuen pc und da werden halt bessere videos mit besserer qualität und so kommen auch live streams und so halt ich bedanke mich dass ihr heute mein video angeschaut habt auf daumen nach oben like würde ich mich freuen ich bin raus tschüss tschau und bei gott Bis zum nächsten Mal.